Ich finde Martin in der dritten Etage. Da läuft der Gefühl von mir weg, Alter. Wie, was war das jetzt? Schlüssel überhaupt. For what, brah? For what was this is the key? I'm very confused. Confused. I'm confused. Für hier das Raum? Für hier das Raum? Schlüssel? Nein, ne? Nein, nein, nein. Das wäre zu einfach gewesen. So, einfach macht es uns hier aus. Das Glas nicht. Okay, brah, okay, brah, okay, brah, okay, brah. Alles gut, brah. Ich glaube, ich musste da in die Schränke gehen. Ich weiß nicht, man. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Soll ich rausgehen? Ich glaube, wenn ich rausgehe, bin ich tot. Egal, ich gehe raus. No risky, no funny. So. Ich weiß immer nicht, was der Schlüssel war gerade. Für hier irgendwas? Für den Aufzug oder so? Für die Tür hier? Für die Tür hier? Ja. Okay. Mich beunruhigt, dass die Typen mich hier immer noch jagen, Alter. Das finde ich nicht lustig. Gar nicht lustig. Das entspricht nicht meinem Humor. Okay, Bro. Darf ich nicht durch? Darf ich nicht. Vielleicht hätte ich das aufgekommen, wenn ich die Speedrun gemacht habe. Ah, da war meine Weasel-Sinne nicht so schnell, ne? Schlüssel. Wir suchen einen Schlüssel. Bro, hier gibt es keine Tür auf, Alter. Hier, die geht auf. Ja, Mann. Hm. Hm. Please don't scare me. Da ist er doch. Der Papst. Der Sir Martin. Lass ihn noch ein bisschen da. Safecold. Das ist ja nicht so. Safecold ist irgendwo anders. Ich sehe es doch schon an seinen Waden. Guck, er hat seinen Popo da am zeigen. Das ist er nicht. Sir Martin wird sowas nie machen. Er wird sich wie jeder andere Mensch auch eine Hose anziehen. Aber ich muss dahin, ne? Ich glaube, ich muss da ja drauf reinfallen. Glaube ich. Oder nicht? Ja, guck. Ich muss, glaube ich, darauf reinfallen. Aber ich bin zu smart dafür. Oder muss ich nicht? Okay, ich muss nicht drauf reinfallen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Warum kreist du, Junge? War das ein trauriger Film? Alles gut, Bra. Alles gut. Was schreibst du dir da schon wieder auf, Alter? Schon wieder diese Atmosphäre-Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt ihr an Vater Martinsdreck. Vielleicht hört er was ja. Ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Der Priester hat auch einen Dachschaden, Alter. Ich liebe Schlitze. Vor allem, wenn da irgendwelche Typen stehen mit freiem Arsch vor. Ich mag es nicht, hier in seinem Zimmer zu hängen. Vor allem, seitdem der Typ mich da gerade eben abgestochen hat. War da gerade was? Toilette. Toilette. Jumpscare. Toilette. Toilette. Macht oder so. Macht bitte einfach weiter. Das ist immer noch besser, als wenn die mich töten wollen. B-3-2-7. Da ist was gruseliges. Ah, ne. Auch nur zwei Typen, die beten. Okay. Was ihr auch immer hier anbetet. 2-2-6. Das ist gruselig. Ne. Oh, lololololololol. Die müssen wir, glaub ich, raus, ne? Ne, da will ich doch nicht raus. Ich will noch erst alles abchecken hier. Hm. Ne. Lame. Alles gut, Kamera. Bitte, kack ich nicht ab. Nicht hier an der Stelle, ja? Okay, also durch Fenster raus. Fenster raus. Nicht das, sondern B-3-2-6. Das ist nämlich immer da, wo alles Schlimm passiert. Ich will nicht wieder raus, Alter. Muss ich raus? Ne. Ja, ich dachte schon, Alter. Bevor ich hier wieder so ein Kranker runterspringe. Locker, der sticht mich gleich ab, Alter. So wie ich hier kenne. Gott hates sickness. Okay, ich wollte dich auch nicht weiter stören. Gott hates money. Wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Die sind ja alle verrückt. Gott always provides a way. Okay, da lang. Ähm. Waren das nicht die Typen, die mich umbringen wollen? Du bist es gleich. Gleich werden wir mit dir den Wallrider vereinen. Ihr wollt mich aber nicht umbringen, oder? Okay. Kannst du mich irgendwo hinsetzen? Mein Hype. Sie allein... Sie sollen entkommen, um zu berichten. Dies ist ihr vorletzter Akt als Zeuge. Der Prophet haben Freiheit vom Tod entsprochen. Und hier ist sie. Sie werden zusehen und meinen Tod dokumentieren. Meine Auferstehung. Dann werden wir gemeinsam frei sein. Wir sind nicht mehr in Gefahr. Ich habe den Aufzug gebraucht. Er wird sie in die Freiheit führen. Wir werden alle frei sein. Okay. Jetzt mein Sohn. Nein. Ihr habt doch alle einen Dachschaden, Alter. Ihr habt doch alle einen Dachschaden. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. So, wir schauen uns kurz noch seine Notizen an. Die haben doch alle einen Dachschaden, Alter. Ich kann... Während die da den Umbringern hat er irgendwas geschrieben, oder was? Okay? Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Das macht alles für sein Glauben, oder was? Ich dachte schon, Bro. Ich dachte, du machst mich nicht auf, ey. Ach, hier. Okay. Creepy Typ. Aber irgendwie gefällt mir. Scheiße, Alter. Er hat sowas Besonderes. Sowas Feuriges. Ich-Jong. Ähm. Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Bili-Boy! Why? Why always me? billy boy billy boy muss lang ich weiß nicht wo ich lang muss muss ich hin muss ich hin leute hilfe weiter hilfe leute hilfe leute hilfe 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 scheiße wir haben ich ja selbst aus ok 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 sagt ich implementation alter ich bin wie ein ninja alter keiner kann mich packen ich bin ein wiesel alt ITIL bin ich das ist es soll hier der ausgang bros der ausgang die freiheits Bitte sag mir, das ist die Freiheit Bitte sag mir Bitte sag mir, das fühlt mich jetzt Zur Freiheit Haupteingang Hallo Was, 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 was Ich hab's doch grad schon gesehen Was ist das? Ich hab doch grad schon den Ausgang gesehen Wo geht das jetzt hin, Alter Ich find einen anderen Weg nach draußen Was Wir können ja so dick die Eier lutschen, Alter